Jo, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Manga-Hall, diesmal im April 2022. Es sind über 50 Manga hinzugekommen, 52, 54, so um den Dreh. Ich würde vorschlagen, dass ich erstmal die Reihen zeige, die ich so ein bisschen vervollständigt habe, danach auch Neuerscheinungen der letzten Woche nochmal vorstelle und dann in der zweiten Hälfte etwa vollkommen neue Reihen für mich eben vorstelle, die ich mir jetzt aber auch zugelegt habe. Und vorher nochmal, wir sind jetzt kurz vor den 300 Abonnenten. Vielen Dank erstmal dafür. Mich würde es auch super freuen, wenn dir meine Videos gefallen und du mich noch nicht abonniert hast, sehr gerne ein Abo dalässt. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall weiter Manga-Videos produzieren. Das macht mir alles mega Spaß. Okay, das war's schon. Weiter geht's mit dem Haul oder ich glaube, ich fange jetzt erst an. Okay, dann starten wir jetzt mit dem Haul. Dann starten wir doch direkt mit einer Manga-Reihe, die auch in den letzten zwei Hauls schon Platz gefunden hatte. Und zwar gibt es Neuigkeiten im Thema Road to All Vagabond-Mangas. Es sind nämlich sehr viele dazugekommen. Ich habe jetzt nämlich, kleinen Moment, drei, vier, fünf und sechs und sieben, acht, neun und zwölf. Ja, also ich hatte ja bisher nur den ersten und den zehnten Band und also echt, man muss viel suchen nach diesen Vagabond-Mangas im Internet. Ich habe glücklicherweise einen guten niederländischen Shop gefunden. Der hatte direkt vier oder fünf von diesen Vagabond-Mangas. Ich glaube, ein paar habe ich auch noch von Amazon oder Hugendubel und auf dem Weg ist sogar noch der elfte Band. Der erscheint wohl in einer Woche ungefähr bei mir und dann fehlt mir nur noch der zweite Band. Da wurde ich, glaube ich, aber bei eBay Kleinanzeigen abgezockt, weil eigentlich hatte ich mir den schon geguckt, aber noch ist er nicht angekommen. Ich glaube nicht, dass er noch ankommen wird, deswegen suche ich gerade wieder verzweifelt nach dem zweiten Band von Vagabond. Wenn jemand von euch den hat und zufällig verkaufen möchte, gerne bei mir melden. Aber mal schauen, ich glaube, ich fange sogar schon langsam mit der Reihe an. Ich hatte mal ein paar Seiten reingelesen, also richtig krass. Ich war schon direkt drin und habe eigentlich mega Bock, aber ich bin erst so vollständig im Hype, wenn ich auch alle davon habe. Und ich meine, es ist auch nicht mehr lange hin. Vielleicht kann ich das nächste Mal sagen, dass ich endlich alle davon habe. Aber jo, Vagabond. Ein weiterer Klassiker, den ich jetzt fast vervollständigt habe, ist Dragon Ball. Für viele natürlich ein Begriff. Ich habe jetzt hier 2, 3, 4, 5. In der Hand halte ich den 14. Und 6, 7, 11 und 13. Ja, da fehlen ja auch nicht mehr viele. Da habe ich wirklich so mal irgendwie was von Rebuy, mal was in der Stadt, mal irgendwie so gebraucht gesehen. Aber Stück für Stück sammelt sich das alles an. Da habe ich auch schon reingelesen. Fand es auch cool. Ich hatte ja mal darüber schon gesprochen, als ich den ersten Band hier hatte. Ich bin nämlich null mit Dragon Ball aufgewachsen, habe dazu keinerlei Nostalgie, aber wollte mal selbst so mir einen Eindruck verschaffen, ob ich es denn mag. Bisher fände ich es echt cool. Ich war überraschend schnell drin, weil das hätte ich nicht gedacht, weil ich doch immer denke, dass viele das mit einer starken Nostalgiebrille sehen. Aber bisher kann ich mich nicht beschweren und ich bin gespannt auf den Rest. Wird aber noch ein bisschen dauern, bis ich da wirklich durch bin. Aber wenn es soweit ist, werde ich bestimmt das in dem Video erwähnen. Und ja, das war es mit Dragon Ball. Ja, was mich sehr freut, also wirklich sehr freut, dass ich in meinem Manga-Haw als jetzt trotzdem endlich mal Attack on Titan erwähnen darf. Denn der letzte Band ist ja schon Anfang März erschienen, aber seitdem habe ich kein Manga-Haw gemacht. Deswegen wird es jetzt auch noch abgefrühstückt sozusagen. Ich bin zwar spät dran, aber ja, Band 31 bis 34, also Band 31 bis 33 hatte ich schon. Band 34 kam jetzt neu raus, in dem ist ein Shuba, den habe ich mir auch direkt geholt. Und ja, ich habe vor einem Jahr das japanische Manga-Ende schon miterlebt, sage ich mal. Und war da tatsächlich eher auf der Seite der Menschen, die nicht extrem begeistert waren vom Ende. Und ja, das habe ich jetzt ein Jahr so liegen gelassen. Und muss immer noch sagen, die erste Hälfte finde ich an manchen Stellen echt schwierig. Ist jetzt gar kein Spoiler, aber wie Armin zum Beispiel auf die ganzen Situationen eingeht, auf die ganzen Situationen reagiert, finde ich tatsächlich sehr kritisch. Aber die zweite Hälfte, also die fand ich schon vor einem Jahr super nice. Und dazu stehe ich auch immer noch. Das zeigt einfach nur die wahre Natur vom Menschen, sage ich mal. Und ja, Attack on Titan ist für mich aber wirklich so eine Herzenssache. Ich glaube wirklich, das hat mich so ins Manga, aber auch ins Anime-Genre überhaupt wieder reingebracht. Deswegen bin ich dieser Reihe unfassbar dankbar. Ich glaube, das kann man wirklich jedem empfehlen, jeder empfehlen. Es ist einfach wunderschön, wunderbar. Attack on Titan. Und es geht weiter von Klassiker zu Klassiker, denn wir starten als nächstes mit One Piece Band 100. Ja, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht mit One Piece groß geworden. Ich mochte irgendwie nie den Artstyle und bin dadurch auch nie so richtig reingekommen. Was ich tatsächlich echt stark bereue. Also, ich versuche als Volland irgendwie aus dem Weg zu gehen, denn ich habe erst vor eineinhalb Wochen mit One Piece gestartet. Die Manga Plus App hat ja das Feature seit ein paar Wochen, dass man jetzt jedes Kapitel einmalig lesen kann. Es war auf Englisch, aber ist eigentlich ganz easy. Und da habe ich einfach mal vom Schlafengehen mit One Piece gestartet. Wie man kennt es. Und es ist wirklich echt schön, weil ich jetzt jeden Abend vom Schlafengehen so fünf Chapter lese und Stück für Stück so vorankomme. Also, ich bin jetzt wirklich bei Chapter irgendwie 74 oder so. Da, wo die gegen diese Fischmenschen kämpfen und Nami halt als Piratin irgendwie aufliegt. Bla, Spoiler. Aber, ja, und es macht mir überraschenderweise echt Spaß. Also, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich so smooth da in dieses Franchise irgendwie reinkomme. Und ich hatte zu der Zeit angefangen und dachte mir, oh, fuck, ich muss mir jetzt schnell den hundertsten Band holen. Denn dieses Feature und diese Goldschrift ist ja nur in der Erstauflage. Deswegen wollte ich mir das noch gönnen und finde das Cover tatsächlich richtig nice. Also, weiß gar nicht, wieso ich früher den Arzt da gar nicht mochte. Aber heutzutage, sag ich, ist super individuell und einfach, ja, hat sehr viel Wiedererkennungswert. Deswegen One Piece Band 100. Ich glaube, das wird doch der einzige Band von One Piece sein. Weil ich weiß nicht, wie ich hundert Bände One Piece in meiner Wohnung hier verstauen soll. Deswegen lese ich es erstmal weiter online und mal schauen, ob ich vielleicht diese Aussage, dass ich es mir nicht kaufen werde, in ein paar Monaten wieder zurücknehmen kann. Doro E-Doro Band 5 habe ich jetzt auch. Genauso wie bei den anderen Coveren finde ich es super nice, dass man das von der Seite und von vorne sieht und nur eine Farbe erkennt. Und dann ist auf der Rückseite eine vollkommen andere Farbe. Hier diesmal mit Lila und Orange. Das finde ich erstmal super nice allgemein. Der Arztteil von Doro Doro ist wirklich sehr finster, sehr dark. Aber das gefällt mir mega. Den fünften Band habe ich noch nicht gelesen. Ich bin tatsächlich erst bei Band 2. Der ist sogar hier, hallo. Irgendwie schaffe ich es nicht so, das durchzubinchen. Das ist für mich echt so ein Ding, das ich immer für zwischendurch lese. Aber ich denke, das wird sich auch in nächster Zeit noch ergeben, dass ich diesen Band auch lese. Aber erstmal bin ich super Fan davon, das auch im Regal anzuschauen, weil es einfach auch super nice aussieht. Okay. Was auch super nice aussieht, ist der Abschlussband von Hell's Paradise. Hell's Paradise habe ich dann auch endlich angefangen, nachdem ich jetzt den letzten Band hatte. Und habe das wirklich an zwei Tagen durchgelesen. War richtig smooth, hat mir auch sehr gefallen. Also die Empfehlungen, die ich von allen Seiten hörte, die waren auf jeden Fall zurecht. Also ich kann die Reihe auch nur empfehlen. Ist auch nicht zu lang, mit eben 13 Bänden abgeschlossen. Hat mir Spaß gemacht. Tatsächlich fand ich nur, dass das Ende ein bisschen zu schnell gelöst wurde. Das war auch das allererste Mal jetzt in der Serie, wo ich mir dachte, okay. Aber irgendwie war ich zu stark drin, um das wirklich ernsthaft negativ zu kritisieren. Deswegen schaut da mal rein und bildet euch eine eigene Meinung. Ist nicht alles perfekt, aber wirklich, wenn der Anime auch noch rauskommt, wird man davon noch öfter hören. Aber auch jetzt schon ist es ein super Tipp. Schaut gerne mal rein. Wo der Hype noch größer wird, wenn der Anime rauskommt, ist Chainsaw Man Band 10. Habe ich mir jetzt auch hier gekauft, mit Makima auf dem Cover. Band 10 ist wirklich ein richtig krasser Mind-blowing Band. Band 9 hat da schon angefangen. Band 10 macht da genauso weiter. Ich habe das schon vorher alles gelesen. Deswegen war das für mich jetzt nichts Neues. Aber boah, also ich glaube, wer am Anfang Chainsaw Man dropped, hat wirklich was verpasst. Weil es ist schon richtig krass. Also Chainsaw Man ist wirklich auch eine meiner Lieblings New Gen Reihen. Und ich mag es sehr. Was heute noch rausgekommen ist in letzter Zeit, ist Beastars, der 17. Band, den ich auch direkt lesen musste, als ich ihn hatte. Denn ich habe mich wirklich in Beastars verliebt. Also man denkt es nicht, aber wow, ist das eine krasse und schöne Reihe. Also wirklich, es fließt von Ark zu Ark und es passt aber alles zueinander. Und die Charakter sind alles so sympathisch und entwickeln sich so mega cool. Und es tauchen immer neue auf und es wird gar nicht künstlich. Und also wow, wow, wow. Beastars ist richtig nice. Ich könnte mir nochmal anhören, wie ich in dem Manga Halls vor ein paar Monaten noch gesprochen habe. Wo ich sagte, ja, ich habe den Anime gesehen. Mal schauen, wie es wird. Und jetzt, Alter, komplett in love. Beastars. Ich freue mich schon auf den nächsten Bond. Und ein kompletter Hype-Titel die letzten Wochen war ja auch Tokyo Revengers. Deswegen, davon hat man auch genug gehört. Ich fasse mich kurz. Ich bin super Fan vom Anime. Habe auch dann direkt den Manga weitergelesen. Bin gerade auch auf japanischem Stand. Deswegen ist das eher etwas, was ich mir ins Regal stelle und nicht sofort lesen werde. Aber wer noch nicht diese Reihe kennt, lebt hinterm Mond vielleicht. Das war es mit Tokyo Revengers. Ein Titel, von dem man auch immer wieder hört, ist ja wirklich The Killer Inside. Ein sehr beliebter Thriller. Ist das das Schwanke? Ich denke schon. Und ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen Band 2 bis 5 aufgeholt. Ich hatte nur vor ein paar Monaten den ersten Band gelesen. Musste den auch nochmal durchblättern, um die Geschichte erstmal wieder vollständig im Kopf zu haben. Und also krass. Ich hörte oft, dass diese Cliffhanger richtig schlimm sind. Deswegen habe ich mich auch noch nicht herangetraut, weil ich mich nicht zu stark selbst foltern wollte. Und der Cliffhanger von Band 4 ist wirklich ultra. Deswegen hat es mich gefreut, dass ich den fünften Band direkt auch habe, wo es wirklich gut weitergeht. Aber ich nicht sage so, ich halte es nicht aus. Wann geht es weiter? Es wird noch mehr aufgeklärt. Die Story geht weiter. Es ist auch interessant. Und ich freue mich. Aber wirklich, es ist schon auch wirklich hart. Also wer so Thriller, Chemie-Sachen mag, ist das auf jeden Fall was. Wer typische Shonen eher liest oder schaut, vielleicht erstmal den ersten Band kaufen. Aber jo, das war The Killer Inside. Als nächstes hätten wir hier den ersten Band von 20th Century Boys. Ich habe bisher den dritten und den zehnten Band. Und auf dem Weg sind tatsächlich noch ein paar Bände. Rebuy hatte eine Rabattaktion. Den habe ich von eBay Kleinanzeigen. Ich glaube für 14 Euro inklusive Versand. Da musste ich zuschlagen. Und da sammle ich jetzt auch Stück für Stück, bis ich alle habe und dann mit der Reihe starte. Und ich freue mich extrem drauf. Ich habe ja bisher nur Monster und Pluto von Naoki Urasawa gelesen. Und habe aber auch wirklich vor, alle Werke von ihm zu lesen, die jetzt zumindest in Deutschland erschienen sind. Ich freue mich drauf. Ich bin super Fan von diesem Mangaka. Habe ich schon bei Monster bemerkt. Und ja, danach auch noch Billy Bad. Und das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, viel Geld in Anspruch nehmen. Aber ich habe Bock. Da, wir es gerade von Billy Bad hatten. Bam. Bam. Band 1 bis 6 von Billy Bad ist jetzt auch bei mir. Ja, da wird es noch länger dauern, dass ich das anfange. Denn erstmal möchte ich Trendy Exchange Boys beenden. Aber habe ich auch von eBay Kleinanzeigen alle 6 für, ich glaube, 30, 35 Euro inklusive Versand. Das fand ich schon sehr gut, diesen Preis. Was aber jetzt schwierig ist, ich hatte eigentlich vor mir die Gebrauch zu kaufen, aber wenn ich mir die Gebrauch kaufe, gibt es die meistens entweder als Komplett Edition oder halt immer nur mal einzelne. Was aber sehr selten anzutreffen ist. Aber ja, hier habe ich mir jetzt erstmal geholt. Es sind insgesamt 20. Ich habe jetzt 6 davon. Freue mich drauf. Und in letzter Zeit höre ich auch immer öfter, dass es auch das beste Werk von ihm ist. Das war es mit Billy Bad. Ich bin gespannt. Werde Feedback geben. Aber ein bisschen dauern wird es noch. Weiter geht es. Es klingt ein bisschen random, aber ich habe hier den dritten Band von Uzumaki. Und zwar nicht in dieser, ich weiß nicht, ob man sieht, nee, sieht man nicht. Und zwar nicht in dieser Edition von Carlson, in diesem großen Band, sondern die Einzelbände. Es sind ja insgesamt drei. Ich habe schon diese Edition von Carlson, aber ich, schau mal, sieht man das? Ach, ich zeige es dann nochmal in der Nahaufnahme. Ich habe diesen Band nämlich für 1,20 Euro gekauft. War in so einem Second-Hand-Shop, lag super random rum und ich dachte, ich nehme es mir mit. Denn ehrlich gesagt, ich glaube, die sind gar nicht mal so häufig anzutreffen. Ich glaube, die sind recht selten und für 1,20 Euro wollte ich mir das nicht hingehen lassen. Aber auch so finde ich diesen darken Look von diesen Bänden eigentlich echt ganz cool. Lesen werde ich es halt weiterhin in der Edition von Carlson, aber ich fand das eigentlich ganz cool und funny und dachte, das nehme ich mir mit. Deswegen Osumaki von Junji Ito. Was gar nicht so die Vibes von typischen Junji Ito-Werken hat, ist Blue Giant Supreme. Hat wahrscheinlich auch den Grund, dass es nicht von Junji Ito ist. Aber ja, diese Reihe habe ich mir jetzt auch geholt. Ja, acht Bände habe ich mir davon jetzt geholt. Ich glaube, das ist auch der aktuelle deutsche Stand. Gibt ja noch Blue Giant, was so seine Vorgeschichte darstellt. Aber ich wollte erst mal mit Blue Giant Supreme starten. Fühlt sich erst mal richtig schön an, weil irgendwie ist das so ein anderer Papierstoff, woraus der Manga besteht. Hört man das? Naja, aber es sieht echt schön aus. Ich habe bisher den ersten Band gelesen, ging sogar auch richtig schnell. Und das ist wirklich eine Reihe, die liest man, um einfach mal so die Seele baumeln zu lassen und einfach auch mal zu sehen, dass es nicht nur böse Menschen auf der Welt gibt. Und es hat echt Spaß gemacht. Richtiges Wohlfühl-Feeling dabei. Und ich freue mich auf die restlichen Bände. Bin gespannt, wie es weitergeht. Spielt sogar in Deutschland. Also vieles davon war auch sehr relatable. Und ja, echt schöne Reihe. Habe ich halt wirklich auch von so vielen YouTube-Empfehlungen gehört und dachte, ich schaue rein, habe es nicht bereut. Deswegen mag ich einfach so YouTube und die ganze Community. Als nächstes haben wir hier Dead, Dead Demons, Dead Destruction von Inyo Asano. Werde, glaube ich, ausgesprochen. Ja, ist meine erste Reihe von ihm, obwohl ich schon seit Ewigkeiten Gute Nacht Punpun mir kaufen möchte, aber nie bekommen habe außer dem ersten Band. Aber da erscheinen jetzt eh noch die Nachdrücke. Ich glaube, da werde ich noch mal warten und mir demnächst den Schub auch noch holen. Der kommt erst in etwa zwei Monaten. Aber gut, ist es auch egal. Es geht nämlich um Dead, Dead Demons. Erstmal geiler Name. Und ich konnte mir gar nichts vorstellen, als ich diese Cover gesehen habe. Und dann habe ich den ersten Band gelesen und konnte mir weiterhin gar nichts vorstellen. Und mit dem zweiten hat sich so ein bisschen was ergeben. Ich finde tatsächlich die Thematik spannend. Also man erfährt recht schnell, dass so über der Stadt eine Art Alien-Invasion vor zwei, drei Jahren war. Und anfangs war es super chaotisch. Aber ja, irgendwie hatten sich die Menschen daran gewöhnt, weil nicht mehr so viel Gewalt auch am Start war von dieser außerirdischen Rasse oder was auch immer. Also so weit habe ich es noch nicht gelesen. Mehr weiß ich noch nicht. Und tatsächlich hat es sehr viele Parallelen zu den letzten zwei Jahren. Und ich dachte mir so, oh wow, crazy. Ich glaube, das Werk ist älter. Ja, und mag erstmal diesen krassen Zeichenziel. Es ist richtig krass gezeichnet. Und ich denke mir so, oh, ich brauche alle Werke von den Universern nur ab jetzt. Und ja, werde da auch in den nächsten auf jeden Fall reinlesen. Aber Dead, Dead Demons gefällt mir bisher. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wohin es geht. Habe jetzt die ersten zwei Bände erst durch. Und ja, aber die hier ist richtig sympathisch. Ich finde die richtig cool. Deswegen auf jeden Fall eine sympathische Reihe, worunter ich mir aber noch nicht vorstellen kann, wie es weitergeht. Ich denke und hoffe, dass das jetzt allemand das waren, die ich vorstellen wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.